Extra heute noch ein Akku geladen daheim, verstehst du? Machst du ein Video? Ja, cool! Voll geil, Leute, voll geil! Ist das gleiche cool? LOL Der Teddy, der am Galgen ist Denn ich am Galgen hochgezogen habe, ich war ein Herr Schwerbogen Das hat Arnold von allem gesagt, gib Gas, gib Gas! Ich habe noch nie so ein Zugestelltes am Turmbring gesehen Toastbrot, Kaffee, Kaffee, Zigaretten, Red Bull, Kava, Aschenbeck Zwei Navigationsdinger da CD-Haufen, Papiere, Kaffee, Toastbrot, Sonnenbrille, Zigaretten Und nun unser Kühlschrank Wollte er mal werden, wenn er groß ist Dönerfladen daheim Dönerfladen daheim Ja, genau, Dönerfladen daheim Ja, genau, Dönerfladen daheim Ja, ich gehe das gut an den Wunderwald Scheiße, ich hätte noch einen kaufen sollen Unser Wunderwald Ja Also wenn wir da vorne jetzt noch mehr dran pflastern, dann passt das ja Ja Da habe ich so ein kleines Feld nachher übrig Eiskalt Du kannst dann so durchgucken, quasi an den Tunnelblick So Notkleb, wenn wir den außen spiegeln lassen, das ist doch so links und rechts oder was ist Das machen wir schon Das sind ja nicht so Wie war das bei dem einen Auto Dieses eine Custom Auto Statt Spiegel Kameras Klar, voll geil Aber da musst du wirklich Kameras haben, die in Echtzeit laufen Ja Und wenn mein Clean deine Lippen verlässt So Au Mann Wie hat's Ivan gestern so schön gesagt Oh mein Gott, meinst du Quatsch, nenn mich Patty Ja Jetzt hat er Arsene Schild im Auto Klar Klein aber fein, wollten wir den Das hätte ich mir auch hin können Klein aber meins Ja So jetzt Zellertransporte AT Ja